... Er hat auch mal gespielt, da stand es halt nur als 2-1 oder so, da hatten sie mal Lust. Jetzt kommt er vor. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Noch 1, wir haben ein bisschen noch 1. Nein, noch 1. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen. Der kommt hinter seinen Kopf vor. Nein, nein, nein. Endlich doch falsch. Nein, nein, nein. Ja! Oh, ey! Nein, nein, nein. Ja! Hallo! Vier Punkte verkeckt hat. Oh, nee! Ja! Nein! Ja! 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 Nein! Ja! So, drei Genastische Zeiten, ne? Also, 5-1. Ja, ja. Mach den! Ja! Boah! So, und das war der Abpfiff der SFC. Neubrandenburg 04 gewinnt 4-1 gegen den SV Warnemünde.